2004 gerade läuft das Champions League Finale Tottenham gegen Liverpool und zwar ist nach etwas Spannendes passiert und zwar ist nach 28 Sekunden schon ein Elfmeter gefallen und zwar hat Mané, ich glaube es war Davis oder so an die Hand geschossen oder beziehungsweise der Ball ging, er hatte seinen Arm ausgestreckt, der Ball ging was auch immer hier an die Seite und verdaust an den Arm. Dafür gab es nach 28 Sekunden einen Handelfmeter, den Salah dann verwandelt hat nach einer Minute, da war dann auf jeden Fall eine Minute Zeit, Pause und dann hat Salah den Elfmeter zum 1-0 verwandelt und ich bin gespannt wer das gewinnt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, das was uns in diesem Spiel gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und tschüss.